André Sambula führte HCD sehr früh 3 zu 0. Wieso geht man dann auch ohne Punkt nach Hause? Ja, weil wir dann dumm gespielt haben. Am 3 zu 0 haben wir auf das Mal angefangen, länger Einsätze zu machen. Wir schieben um, wir tripplen. Wir haben dann Fehler gemacht, die das Spiel dann gekostet haben. Und wir haben dann irgendwie nicht mehr zurück ins Spiel gefunden. Wollen wir vielleicht sagen, es ist zu früh und zu einfach gefallen, die 3 zu 0-Führung? Ja, zu früh ist es sicher ein bisschen zu einfach gegangen. Ich glaube, auch dort haben wir nicht so super gespielt phasenweise und haben nachher irgendwie Konter gefahren und 2 ins 3 zu 0 geschossen. Und nichtsdestotrotz, wenn du 3 zu 0 führst, schaffst du es nicht so aus der Hand.